Er ist extrem treffsicher, hat eine enorme Ausdauer und eine eiserne Disziplin. Ernst Reiter, Ex-Biathlet und Golfprofi. Ernst Reiter zählt zu den erfolgreichsten deutschen Biathleten der 80er Jahre. Zweimal gewinnt er olympische Medaillen. Bronze in Sarajevo 1984 und 88 Silber in Calgary. Heute teilt er seine Leidenschaft und sein Wissen. Mit seinem Unternehmen Reiter Sport Performance gibt er die Faszination Biathlon weiter. Seine zweite Passion Golf, körperliche Fitness und mentale Stärke. Er besitzt beides. Auch hier coacht er mit vollem Einsatz. Das Ergebnis die absolute Schlagkraft. Ernst Reiter, ein Mann, ein Weg, ein Ziel.